Sie holen sich den Ball. Ganz starke Flanke. Müller! Und da treffen sie das erste Tor heute. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen sie den Vorbereiter zurecht feiern. Und wir dürfen uns dieses Kopfballtor nochmal in der Wiederholung ansehen. Schöne Hereingabe.